Nach dem Sieg von Kai und Joni habe ich Kai hier, Kai, kurzes Statement und Analyse vom Spiel. Ja, erstmal die Fakten. 2-0, ziemlich klares Spiel. Wir haben gut gespielt. Haben in Shanghai schon mal gegen die beiden gespielt, deswegen war ein bisschen mehr Druck noch da, das nochmal so klar abzurufen. Wir freuen uns, 9. Platz, saugeil, Topfer in der Welt. Und jetzt schauen wir nachher weiter, ob es bis zum Schluss noch geht. Genau, und wie ist das alles möglich, generell zu machen? Ich glaube, hier hinten stehen ein paar. Da siehst du schon, guck mal, da ist unsere ganze Trainerriege von links nach rechts, der Florian Karl, der sich schon freut. Balltrainer für die einfachen Sachen, Erik Helm, verantwortlich für unser Gewicht. Das kann man dann gleich rechts an meinem Partner sehen, was er für ein Mutant geworden ist. Und rechts ist der Mann für die schwierigen Prozesse in unserem Team. Der kann da mit seinen kleinen, langen Fingern da ganz gezielt nochmal einwirken bei uns. Genau, und damit es auch weiter so gut geht, sprechen wir uns nachher wieder. Oder morgen ist das nächste Spiel, glaube ich. Ne, heute Nachmittag. Heute Nachmittag. Dann sehen wir uns wieder und dann geht's hoffentlich so weiter. Danke dir!